Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von PKXC Leute. Und zwar machen wir diesmal, zeige ich euch, es gibt so ein neues Paket, ein lustiges Chamäleon Paket und mehr eigentlich nicht. Auf jeden Fall gibt es so ein lustiges Chamäleon Paket und wir ziehen uns direkt mal um. Das müsst ihr hier, ist es hier dabei? Nein, ist es nicht. Aber hier ist es irgendwo dabei. Muss es ja. Wo ist jetzt mein lustiges Chamäleon Paket? Ich habe mir das ja geholt, also muss es hier sein. Wo ist das? Also wir holen erst mal das und gucken jetzt, ob wir es finden. Wir gehen ganz runter und suchen es jetzt hier. Also das Oberteil. Hat das Ding Kopfhörer? Nö, aber ich kann immerhin, ich kann hinterher dann immer noch das machen. Also. Okay. Dann hat das Ding Handschuhe. Könnte sein. Hier, ja, hat's. Also dann hat das Ding Schuhe natürlich. Muss Schuhe haben. Bloß die Frage ist, wo die sind. Also hier hoch, hoch. Hier sind sie. Und dann. Ähm, noch den Rucksack. Oder einen Rucksack haben die doch gar nicht, oder? Nee. Das Ding hat keinen Rucksack. Aber trotzdem würde der cool aussehen hinten. Aber das Ding hat gar keinen Rucksack. Okay. Dann rissen wir auch keinen aus. Also. Wir gehen jetzt auf Hose. Und dann. Komm, wir finden das. Irgendwie müssen wir es ja finden. Also. Welches könnte es sein? Das hier. Dann haben wir noch das Shirt. Das haben wir auch noch nicht angezogen. Was ich aber auch nicht wirklich, noch nicht wirklich gefunden habe. Aber hier ist es. Oha, wir haben's. Wir haben's. Wir speichern es gegen. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal. Die Katzenlüsse. Okay. Dann haben wir es. Und bam. Oha, sieht ja mega cool aus, dieses Paket. Sieht ja mega cool aus. Das ist wirklich krass. Okay. Hier ist so eine Zunge. Und dazu hat dieses Paket hier im Shop. Und noch so ein Chamäleon als Haustier. Das rüsten wir auch noch aus. Und zwar ist das hier. Guckt es euch an, Leute. Das hat nicht mal einen richtigen, gescheiten Namen. Es hat den Namen P93 Species Key. Also das ist wohl irgendein spezielles Haus hier. Hallo. Dann machen wir das mal gleich umbenennen. Das heißt nicht so. Namen ändern. Der Name ist... Lilo. Jawohl. Dann heißt es Lilo. Das ist doch cool. Jetzt heißt es Lilo. Wir können dann auch so tanzen. Bam. Das ist auch cool. Okay. Das ist dieses Paket. Eigentlich schon gewesen. Aber wir gehen noch mal kurz raus. Und wir sind wieder draußen. Das ist mega cool. Hier können wir es auch noch mal in hell sehen. Hier das glänzt total cool. Die Zunge geht immer so vor. Das ist mega cool. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Nehmen wir kurz ein Fahrzeug. Nehmen wir einfach mal das. Oha. Das ist mega krass dieses. Ich finde das mega krass. Oha. Wie krass ist dieses Motorrad. Bitteschön. Ich bin das noch nie vorher gefahren, Leute. Ja genau. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Dieses Motorrad ist richtig krass. Und das sieht, das passt auch mega dazu. Das ist richtig krass. Oha. Guckt euch das an. Und dann. Bam. Und. Sprung. Wie auch immer. Das so die Füße hintertut. Bam. Und. Bam. Das ist mega cool, Leute. Ich würde aber erst mal sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst gerne ein Abo und Like da. Bis zum nächsten Mal. Hat rein. Ciao.